das müssen wir so unbedingt machen ich will das jetzt 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 machen ich glaube ich kann da echt nichts anderes machen in dem raum ich meine mit dem ufo man kann halt warten sie am horizont vorbeifliegen und es sieht ganz schön aus wenn die ganze welt von ufus erobert wird auch vielleicht denn da und ufus und ufus wenn uns nicht die friste sie reiten wir auf deiner mama richtung okay jetzt hätte ich bock auf eine pizza wenn ich im fastfall um bin ich bock was macht ihr denn alle die rolle warte neid auch von mann auch wenn er zu ihm aber auch weiter dass der darte auch eckwolle ist er aber das ist wirklich um quasi gewaltendet er hat die tür das ist rené wenn er so was macht dann heißt es erschießt gleich egal ich habe zwei leute geht mit dem ich habe das gefühl ich bin der letzte und ich habe sieben hp das ist nicht gut ich werde nicht meine waffe nehmen ich will dass dieses hässliche ding fliegt auch wenn ich verliere ja ganz ehrlich rené was soll der scheiß halt einfach dein behindertes maul ja der muss nicht wissen dass mein vogel fliegen möchte ja seit neuestem nehme ich immer den wird weil ich nie den kill damit krieg ja nachdem ich mit dem ende ich triff eh mit beiden eigentlich nie aber ja die macht halt echt viel schauen tom möchtest du eine runde mit dem zug fahren jetzt habe ich eine m3 irgendwas das war ich ich bin das bist du irgendwie doof also zwischen w und d ist doch relativ viel unterschied ich habe einen melonenlauncher ich habe einen melonenlauncher jetzt seht euch diesen melonen wieso seid ihr alle so still dann soll ich auf dich drauf springen und dann hier rauf was macht ihr da oben ich möchte ja da drauf ich möchte ja da drauf nicht meloni ach ach Tom irgendwer ist gestorben ja Tom Wolla ist gestorben Tom hat gerade Wolla erschossen und was ist er die können wir dir mal kurz bevor wir irgendwas machen äh ok Tom ja Tom ist es safe ok RIP René Wolla ist Maxi aha und wer kauft sich die Silence AWP das war keine das war das war die G30 achso ok ja das hört sich halt von der Silence her so an das meine ich ja das ist eine Silence G30 ja ja dann passt schon dann passt schon hab ich gerade Maxi oder sind die G30 ich hatte die Hoffnung dass es René ist weil er immer so ok ok WTF Hä also Mickin ne Tom ist es falls du noch lebst außer du bist gut Aua wo wo ich sie es nicht da oben wo denn wo denn was ich habe ich habe gerade von äh ne Headcrap von 100 HP warte was ich hatte gerade 1 HP dann hat dann stand ich das was infiziert wurde dann hatte ich 11 und jetzt habe ich wieder 67 Komm 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 immer wenn du de Headcrap tötest kriegst du RP dazu echt ich habe sie aber nicht angeschossen eigentlich ich habe die Headcrap ich habe die Headcrap getötet Läube habe ichi bitt vielleicht heilt die auch einfach wie ein das hat die ja ich habe Maxi erschossen Und dann wird Kommunismus sterben. Das kann ich mir halt wirklich vorstellen. Ja und dann hab ich so viel Medizin gegen alles. Dann können wir wieder Kommunismus betätigen. Ich seh mein Spiegelbild nicht, ich bin ein Vampir. Ne. Außer du Wolle. Du kriegst die erste Wolle. Ich bin so ein sexy Vampir. Oh ja. Ich bin hier gerade rausgekommen. Keine Ahnung wo das Blut herkommt. Ich war bis jetzt erst in der Herrentoilette, dann in der Damentoilette. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, was ich da gemacht habe. Das werde ich dir aber nicht erzählen. Kannst gerne reinschauen. Da habe ich ein Geschenk hinterlassen. Tom. Ja. Was bist du angeschossen? Du warst noch voll hell. Nein. Ich habe 9 HP verloren. Da liegt Blut. Das ist frisches neues Blut. Mikkel, warum bist du hört? Aha. Warum bist du hört, Mikkel? Ah, Maxi. Mikkel redet nicht. Ah! Mikkel läuft mit daher. Maxis Traitor, Maxis Traitor. Maxis Traitor. Wo bist du? Wo bist du? Maxis Traitor, Maxis Traitor. Mit dem Fenster halt. Mit dem Fenster. Ich habe ihn gerade einmal getroffen. Aua. Er schieß zurück. Aua. Er schieß zurück. Hallo, 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 hallo. Das war's. Äh. Wo ist Maxi hin? Ich habe ihn gerade erschossen. Aber er ist einfach weggef... Einfach in den... In den Ablicht gezogen. Welcher hat denn den Heliporter gehabt? Ich bin hinter... Übrigens hinter 9. Es kann sein. Auf jeden Fall habe ich ihn angeschossen. Er ist auf jeden Fall rot hell oder tot. Mikkel ist Traitor. Mikkel ist Traitor. Der ist Traitor, der von René getotet. René erschossen. Halt meine Schnauze im Mikkel. Lass mir einfach nur nach. Boah, scheiße. He lol. Maxi, du Huren so ungemischt. Maxi. Was kann ich denn dafür? Wenn ich nicht in den Kopf schieße. Also es waren jetzt Mikkel und... Maxi. Ja. Alter, Maxi wird gerade voll auf Trader. Ich hatte wirklich schon die Firma. Maxi ist einfach miss. Ich muss halt sagen, ich habe gerade noch gescheitzt. Und auf einmal war ich ganz weit hinten, wo ich hingeschossen habe. Und wusste nicht, was passiert ist. Ich habe mich eingeschossen. Vielleicht hast du so eine Waffe gekauft, die... Die steht hinter mir, wo du schießt. Nein, das war wieder die Silence G3SG1. Auf einmal ist die Dings weg. Da ist ein weiterer Menloni. Warum willst du nicht eine normale G3SG1? Dann weißt du lieber direkt, dass du ein Trader bist, ne? Ich hatte keine G3SG1. Und ich brauchte eine... Ja, dann hol dir eine normale. Ich wurde halt schon... Ich war halt schon verwundet durch René. Und wollte dann einfach noch ein bisschen aus dem Fenster snipen und... Oh, das ist gar gar nicht dann hinter dir stehen. Du kommst nicht vorbei. Nee, spring runter. Ich planche ein bisschen im Dreckwasser, wenn das okay für euch ist. Ja, manchmal gehe ich aber auch in so'n Meerwasser. Was ja wesentlich sauberer ist. Tanz! Tom Kellek? Da hat irgendwer sein Spray gesprayt. Irgendwer hat sein Spray... Aha, Maxi. Maxi, warum hast du sein Spray gesprayt? Da hab ich gar nicht immer den Gegel getan. Und das soll ich jetzt glauben. Schieß immer auf den Boden. Okay, Mikkel. Schieß auch auf den Boden. Mikkel schieß immer so random auf irgendwelche Sachen. Also, auf den Boden. Ja. Da ist ein Headcrab losgeflogen. Oh mein Gott, der fliegt auf mich. Wo ist er denn? Lol, Tom. Wollo, 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 Wollo. Ich überprüfe ihn. Tom. Hey, stopp, stopp. Mikkel. Okay, Mikkel ist es, Mikkel ist es, Mikkel ist es. Mikkel ist es. Wir sehen die letzten zweite Hurensohn. Nein, sind wir nicht. Der Hinterdeck war gerade noch jemand. Ach, einfach René, lol. Ja, der René ist doch da. The fuck. Ja, also Mikkel hat mich angeschossen. Ja, du hast nicht angeschossen. Schwierig. 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 Ich hab zurückgeschossen. Nee, du hast da auch nicht umgebracht, Tom. Ja, weil er Wollo umgebracht hat. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr mit mal irgendwie confirm die Leute? Ja, okay. Das würde helfen vielleicht. Ja. Und jetzt sagt nicht weiter, ihr seid innocent. Ja, ich... Das hilft nämlich nicht weiter. So, warte. So, warte. Auf die Leichen. Oh. Ups. Ja. Ja, er hat René auf Wollo geschossen. Ich bin leid. Ich bin auch da. Also, Mikkel ist es schonmal nicht. Nein, nicht. Downy hat ihn erschossen. Ich hab deinen Wollo erschossen. Äh, Downy erschossen. Ah, der kann das Ding ja nicht schärben. Okay, Downy hat, ähm, Mikkel hat auf mich geschossen. Oh, jetzt. Da kommt noch einer. Äh, okay. Das wär jetzt der ganz links, der Typ. Der ganz links ist der Typ. Ah, du Scheiße. Kommst du dir näher? Nein, dreh du doch einmal! Oh, Gott sei Dank. Warte, Max, du noch am Leben, was? Ja, ich hab ganze Zeit noch am Leben. Ich stand die ganze Zeit hier in diesem Raum. Ich glaub, diese schwarze... Also, die dunkleren Headcraps, die vergiften einen, da noch einen HP. Und wenn du dann immer, wenn du dann eine tötest, kriegst du 10 HP zurück. Ja, ich hab ganze Zeit noch am Leben. Äh, was ich nicht verstehe, ich hab gesagt, Volo ist es, hab ihn getötet, dann wurde ich nicht identifiziert und Volo auch nicht, ne? Ja, weil Tom dich irgendwie brachte. Ja, eben! Dann hättet ihr doch gleich wissen können, dass es Tom ist. Ja, ich hab auf Tom geschossen. Ja, ja, du hast ja alles richtig gemacht, aber die anderen zwei hat's einfach nicht gejuckt. Ich war Traitor. Warum soll ich dich identifizieren? Ja, deshalb sag ich ja, dass es deshalb eben du sein musstest. Das ist ja mein Punkt, dass die anderen zwei hier gar nicht gejuckt hat. Das ist ja lustig gewesen, hätte ich dich die ganze Runde allein gekillt. Hey, Tom hat's sogar zugegeben, dass er mich getötet hatte. Ja, eben. Ja, aber er hat auch gesagt, dass irgendwer irgendwen getötet hat, weswegen er ihn durchgetötet hat. Ja, weil Volo Trader war. Deshalb hätte die... ach, vergiss es, Maxi, vergiss es. Wollen wir Maxi umbringen? Ja, wär ne gute Idee wahrscheinlich. Was hast du, hast du eine Luga, René? Ja, ist eine Luga. Eine Luga. Wieso bin ich eigentlich schon mal wieder... Ich glaube, das ist jetzt meine... Wollen wir Maxi umbringen? Hast du das auch gehört? Ja, das war eine M24. Ja. Ja, die hat Maxi geschossen. Was? Maxi hat gerade mit der M24... Ich bin hinter dir. Ich sehe deine M24. Ich bin hinter dir. Ich sehe deine M24. Ich bin hinter dir. Tom, wieso bist du hinter ihm? Möchtest du was von ihm? Ähm... Okay. Das macht die Fenstermutter. Wollo, geh weg. Okay. Geh mir weg, bevor du mich random damit abknallst. Wer will ihn abbekommen? Maxi. Achso, weins an. Achso, weins an. Headcrabs. 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 Okay. Maxi, no-scope-battle. Wo bist du, wo bist du? Da sind jetzt gleich zwölf Headcrabs-Launcher. Ich hab... Hoffen! Was soll die Kacke? War hier nicht getroffen? Hab ihr es dabei? Nein, lassen. Nein, nein, mich lassen. Warte, wir müssen rauskommen. Ähm... Kann ich ja rein machen, ne? Warum? Nein! Was macht ihr? Ja! Wir haben den Noscope. Ganz ehrlich. Wir haben den Noscopes. Ganz ehrlich. Wir haben es doch gesagt. Wer ist das da? Michi, geh weg. Ich bin's. Warum? Ja, weil wir nur zu viert sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du oder irgendwer anderes hier noch... Hast du gerade geschossen? Nein. Nein. Natürlich nicht. Lol. Dafür nur durch die Gegend, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, wer alles noch lebt. Ja, die anderen. Wollo und René müssten noch leben. Ich weiß sie nicht. Also ich kann überhaupt nicht und ich lebe. Nicht, Uhu. Uhu. Also lebt René auch noch? Gut zu wissen. Nein. Ich finde es nicht gut, dass du mich das hier so anlässt. Ich bin mir so sicher, dass hier zwei es sei. Was ist das für ein Scheiß? Eigentlich müsste es ja sein. Eigentlich müsste die es sein. Eigentlich müsste die es sein. Na, weiß ich jetzt nicht, Donnie. Ja, okay. René ist das sicher. Gut. Okay. Das würde ich ihm auch abkommen. Uhu. Da ist Melke. Der schießt ja. Oh, ich hasse es. So ein Noob-Battle. So schlecht. Natürlich waren es beide. Es war... Ja, aber was hilft es uns, wenn du gesagt wirst, dass du getasert wirst? Ja, das nützt uns ja nichts, Donnie. Wir wissen ja nicht, wer nicht getasert ist. Ja, aber wenn er es nicht sieht. Wenn man es nicht sieht, ist das halt doof. Ja, ist halt scheiße. Das Problem ist, Woldova nicht identifiziert. Und dann dachte ich mir, ja, schieß jetzt mal noch nicht. Sonst schießt du noch deinen Innocent-Kollegen ab. Und wenn 2 gegen 1 gegen Trader hast du eigentlich meistens keine Chance. Ja, hattest du auch nicht. Ja, eben. Ja, außer der andere Trader-Kollege ist Maxi. Dann hast du noch reelle Chancen. Oder man ist nicht Downy. Ja, oder das auch. Und man benutzt nicht den Blube. Ich war heute nicht bei meiner geilen Trader-Runde auf Team Room beim Bazi-Test dabei, Alter. Die war krass. Ja, ich, Fenrir und Tom haben überlegt, ob wir joinen sollen. Wir haben ihn, glaube ich, so... Ne, der Server hat man auch nicht. Ja, ja, das haben wir. Da war ein Roll auf dem Server, ne? Und ich hab fünf gekillt. Ja, Maxi. Der Unterschied ist nur, dass die wahrscheinlich alle scheiße da sind, ne? Und wir haben ihn auch viel schlechter als du. Ja. Doch. Glaube ich schon. Das geht ganz schwer, Maxi. Downy und ich haben uns überlegt, ob wir einfach auf den Server gehen und alle zerficken. Könnt ihr ja nicht, weil... Ja, eben. Haben wir dann auch gesehen. Ja. Ich weiß halt, dass ich jetzt... Loll rauschen bin ich nicht, das weiß ich schon. Allein bin ich... Also in 101 Form. Loll rauschen vielleicht aber nüchtern, Volk. Dach, dach. Ja. Loll auspuff. Der Runde ist mir hier zu ruhig. Kann man mit jemand sterben. Leute, ich vergass mich jetzt, lol. Puh. Hallo, Tom. Hallo, Wollo. Hallo. Was macht ihr hier? Schön. Faszinett. Nein. Ich hab schon mal... Nein. Also ihr macht's gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Ey, Wollo ist es, Wollo ist es. Komm mal. Was? Stark, René. Stark. Was? Stark, René. Stark. Was? Was war'n dat für ne Runde? Ich... Was war'n dat für ne Runde? Was war'n dat für ne Runde? Ich...